Morgen! Na jo, so geht es dann mit alle acht Menschen über der Helgedau. So ist das habe ich auch viel geschaffen über der Helgedau, da ist dann nicht viel zu tun, da sind nicht viele Menschen im Raum gewesen. Wir haben so viel zu tun, dass wir uns gerade verletzt. Wir haben hier einen dritten Koffer und wir haben hier einen schönen Mühlen und viel spaziert und die einzige Mühle wird einem dort erholt, wenn einer bloß erholt, den Glatzkosten erholt, dort wird einem schließlich erholt. So ist das das habe ich dann am besten getrocknet. Meine Mühle hat dort jeder Jahr über die Helgedau und ich darf ihm nicht immer halten, wenn ich gleich ein bisschen rüber zu packen. Jeder Jahr wurde ich ein bisschen fühler und fühler und dann jeder Jahr interessiert mich ein bisschen doller. Das Jahr war ich auch sehr viel gewesen. Aber da sind nicht viele Menschen zu tun. Dann wird einer dann bloß zu tun. Und da ist man so viel zu tun, wenn einer alleine ist und die Kinder nicht zu tun. Und so wird einer das dann. Und wenn ihr noch einmal wählt, was ihr zu tun ist, wenn ihr ein sehr Druck habt, ihr habt aber nicht Lust und es nicht viel dann bloß sind es dort. Dann spürt sich noch so, als wenn einer viel Geduld kriegt. Das beschreibt Geld. So ist ein Fan. Und da fangen wir noch einmal bloß an. Ich gehst dran an. Du hast doch auch mehr vorig. Keine Säure habe ich mehr vorig, aber mit irgendwie gleich so. Denn der kann der letzte paar bitte da näher passen. Und der ist noch einmal am Bad. Ich dachte auch, dass ich ein bisschen anschaufen will. Ich glaube nicht, dass ich das vorig bringe. Aber ich will meinen paar verstärken. Dann kann ich der letzte bitte da näher. Und ich bin am Frühstück mehr an. Und dann kann ich ein bisschen anpuckern. Und dann, wenn er abstehen wird, dann kann er sein erkäuern. Gut bescheuert. Und ich wollte nicht, dass Jungs uns das interessieren wird. Anstatt, soja. Und jeder Weihnachten über seine Helge da. Ich glaube immer, dass ich dort gut verdeutten was ich gesagt habe. Das ganze Jahr über seine Säure geschauft. Und dann gleich ich dort bin. Wir können bloß ein bisschen rammer setzen. Eten, Kaffee trinken, spazieren, fahren wollen. Und dort haben wir auch alle. Wir haben alle Gäuern. Diese Helge da. Und ich weiß nicht, was eine schließlich soll tun. Und eine sich hier bloß allein für sich allein setzen. Aber das geht mir schön. Ich bin auch so ein bisschen gefühlt. Das ist einfach bloß nicht, was ich gewohnt sind. Aber ich habe mal Geld gegeben. und das geht mir auch so. Und das geht mir auch ganz schön. Und wenn es keine Räume gibt, dann fällt es sich immer so aus, wenn er soll mich haben. Und wenn es sich gefühlt sind, dann fällt es sich so aus, wenn er auch ein bisschen mehr Freiheit hat. Und das hat uns auch gut gefallen. Und bei mir spät sich das so. Und dann hier ein bisschen verbiestet man diese Bieter. und das gehört es hier direkt bei den setten her. Dass wir in eine Dose waren. Und dass wir in eine Lusch machen. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz nett. Ich weiß nicht, vor 2 Jahren habe ich mir das in den setten her gekauft. Und das gefällt mir gut. Ich dachte, wie das Geld wird. Wenn er nicht gekauft hat, ist er noch da. Wir haben eine Dose gekauft. Und das wäre immer so ein Stolz. Und dort haben wir nicht so schön gekauft. Das hat mir auch gut gekauft. Aber ich habe mehr Angst, dass ich hier viele Bieter angekauft habe. Und ich kann hier ein blaues nicht finden. Das spät sich so, dass es blaues führt. Und wir haben vielleicht noch einen Schmerz an das. Wir haben vielleicht einen Schmerz an das. und ich habe gestern zu oberst. Ich will nicht zurückgehen. Aber schließlich wird so laut und ich dachte, jetzt muss ich bloß zurück. Das kriege ich gar nicht auch. Ich kann hier nicht übersetzen. Ich habe gut gefunden. zwei Bieter. Ich habe die Zuse geschauft. Ich habe gut vor dich gebracht. Es ist schön. Wenn ich die letzten paar Bieter durchschnitt, dann fängt den Dach nach. Ich habe die Dach nach. Ich die Dach nach. mache die Dach nach. In die Dach weg. Und nach hier war ein paar versuchten. Wir haben geschätzt. Dort werden alle nach. Das ist ein Frühstück. Ich kann Geld essen. und dann mal sagen, was wir von dir tun, vielleicht vor wie war ich, vielleicht seit wir hier waren und bringen das vor dich und mal sagen, ob er gewünscht wird, ein schöner Tag, und weißt du, was wir nie können sagen, was wir die hellen, die auch immer haben getan. Im Bersche habe ich gesungen, ob er Menschen kann nicht immer hier sitzen und singen, und einer hat dort noch mal andere getragen. So, na jo, dann sei wir uns bald bald, oder? So, nun, guck mal, nun habe ich das, ganz fertig, und ich habe mir gleich euer Schmerz, der Beter, der wir hier alle, aber ich glaube, meine Üben werden schließlich ein bisschen dreikantig in Kriegs, und ich verbistet mir manchmal diese alle Beter, und ich konnte bloß gleich mal sagen. Und ich glaube, wir können nicht verstärken, ich habe auch gesagt, ich würde mir umgeladen, die letzte Beter, aber heute, ich habe mir das letzte, und dann, wie habe ich gesagt, ich habe mir das ganze letzte Beter nähert. So, das habe ich anscheinend gegangen, das ist mir ganz schwierig, aber ich möchte erst ein bisschen tun, was ich will unternehmen. Und, ähm, ich habe immer gesagt, ich will mir von der Jahrshahn gekriegen, nur da ist mir auch schändlich, so ja, wir haben noch nicht viele Menschen gesehen, in dieser hellen Idee. Ja, ich muss mir bloß einfach nur spazieren, so, das ist gleich, was ich dann will tun. Und hier sind meine Karte dann, den ganzen Tag, was wir hier dann haben, und das geschauft, das hat hier dann besiedert uns, und das hat heute auch was geäten, und dann einzig mal, dann will ich hier in Klimp, was ich mag, spälen, aber, das bleibt ihm nicht so, ja, das muss man viel zu sehen, wenn es das ist für uns. Und so kann ich sagen, wenn ich das noch nie nicht getan habe, ich würde den Tag dort, äh, ein Däsch abstellen, was ihr dort nicht auf dem Foot-Line entwäschten haben, und dann bloß mit dem Spälen, das geht schein. Das ist für viele Menschen, äh, nicht bloß für viele Menschen, wenn du glaubst, du wirst dir bloß ein kleines bisschen verheben, und dann wirst du was anderes tun, und dann noch etwas bescheiden, das würde ich den Tag, das geht schein. Und, äh, wir tun das nicht das ganze Jahr eben auf der Helgedäuhe, dann tun wir immer, das Jahr haben wir drei, dort hat sich gut gelandet. Na ja, dann sollen wir uns waren, lootscheiden gehen, und ähm, die Helgedäuhe sind nun bald eben, nun muss vielleicht bald bald ein bisschen was anderes geben. Na ja, oder?